Der Euro bleibt schwach auf der Brust und das ist aus deutscher Sicht gar nicht mal so schlimm, denken wir beispielsweise an die Exportwerte. Autobauer beispielsweise sind ja zuletzt ganz gut gelaufen. Jetzt aber geht es um die asiatische Sicht der Dinge. Aus Singapur hierher gekommen Dr. Eckhard Wieck, Vermögensverwalter und Geschäftsführer von Asia for Europe. Da wo es Verlierer gibt, nämlich Euroverlierer oder auch Gewinner, die Exportbranche muss es im Gegenzug auch den Gegenpart geben. Ist beispielsweise Asien der Verlierer im Gegenzug? Das könnte man natürlich auf den ersten Blick meinen. Aber Asien ist insgesamt eigentlich ein Gewinner aus der ganzen Krise gewesen. Schon aus der Finanzkrise 2008, 2009, aus der Wirtschaftskrise ist Asien gestärkt hervorgegangen. Die aktuellen Zahlen, China, ein zweistelliges Wirtschaftswachstum dieses Jahr. Singapur beispielsweise hat im ersten Quartal 15 Prozent plus, ein Bruttosozialprodukt. Das sind für uns unglaubliche Zahlen, die wir in Europa in den nächsten Jahren nie sehen werden. Und insofern verbietet sich ja schon fast die Frage nach dem Verlierer in Asien. Asien ist ein Gewinner dieser ganzen Entwicklung. Wir werden das in dramatischer Weise die nächsten Jahre sehen. Und das klingt so, als wenn Sie eine gute Glaskugel vor sich hätten. Was macht Sie so optimistisch für diesen komplett asiatischen, südostasiatischen Bereich? Auch da schaue ich ein bisschen in die Vergangenheit, bevor ich in die Zukunft schaue. Asien hat seine Hausaufgaben 1997, 1998 in der Asienkrise einfach gemacht. Der Westen hat damals vorgeschlagen, Zinsen hoch, Schulden, Entschulden, Unternehmen, die nicht wirtschaftlich arbeiten, auch mal pleite gehen zu lassen. Und vor allem den Bankensektor zu restrukturieren. Das hat Asien diese Pillen angenommen, auch unter Schmerzen damals. Und wir sehen heute, dass der Westen das leider nicht fertig bringt. Wir sehen aber, dass das langfristig gewirkt hat. Und Asien ist heute stärker denn je, strotzt vor Kraft und Selbstbewusstsein. Und das werden wir auch börsentechnisch sicherlich die nächsten Jahre weitersehen. Abgedroschener Spruch, ich gebe es zu, Stillstand ist Rückschritt. Es geht Ihnen also ganz gut, den Unternehmen. Die strotzen vor Kraft, sagen Sie. Aber Sie müssen natürlich weiterarbeiten, um diese Position zu behalten. Sie sind viel in der kompletten Region unterwegs. Was sehen, was hören Sie, was tun die Unternehmen, um diese Lokomotivfunktion behalten zu können? Das Einzelunternehmen schaut natürlich mal auf sich selbst. Aber wir haben dort natürlich auch starke Staaten, starke Regierungen und gemeinsame Interessen in den Ländern. Es ist unübersehbar, Asien will sich weiter abkoppeln vom Westen, will die Probleme, die der Westen die nächsten Jahre mit sich herumtragen wird, die wollen die gar nicht lösen. Die wollen ihre eigenen Probleme lösen, wenn sie denn welche haben. Und wir werden sehen, Asien, die asiatischen Länder werden noch einen noch stärkeren regionalen Markt entwickeln, noch stärker sich untereinander verzahnen. Und dann interessiert es die am Ende gar nicht so sehr, ob der Euro jetzt stark oder schwach ist. Im Gegenteil, das stärkt das Selbstbewusstsein der Asiaten. Und sie sehen, dass eben auch das Muster, die Musterregion Europa mit ihrem Staatenverbund an seine Grenzen stößt und sie für ihren eigenen Staatenverbund einen anderen Weg gehen wollen. Mal ganz selbstkritisch. Wir deutschen Privatanleger gucken nach Asien und kennen China, keine Frage. Wir kennen natürlich auch Japan. Aber wenn es dann darum geht, viele kleinere Börsen zu bewerten, fällt es einem schwer. Sie sind da gewissermaßen im Vorteil, weil Sie leben in der Region. Und ich habe es angesprochen, welche Börsen, welche Regionen, welche Länder würden Sie aktuell dann übergewichten in einem Depot? Also, wie Sie richtig sagen, China ist ja nur ein Aspekt. Wir gewichten China generell in einem Asienportfolio mit maximal 15 Prozent. Es gibt 10, 15, 20 andere Länder im Moment. Weiterhin attraktiv ist Indien, Indonesien beispielsweise. Auch Korea, wenn es sich nach den Turbulenzen wiederholen wird. Also, wir haben eine Reihe davon. China ist im Moment eher nicht auf der Kaufliste. Die haben aus unserer Sicht im Moment eher einen mittelfristigen Abwärtstrend. Der kann noch eine Weile anhalten. Und wir warten, bis die Bewegung wieder sich nach oben entwickelt. Solange sind wir eher bei China zurückhaltend. Sagt Dr. Eckhard Wieg, Asien-Experte. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.